Auf jeden Fall stand mir eben, ja! Ob ich deine Muffins bekommen habe? Wolltest du mich vergiften? Wie heißt du? La Nea. La Nea? Das heißt, dass wir die Stadt, Land, Fluss spielen und einen Beruf mit N sagen und das auf Spanisch versuchen. Was sagst du? La Nea. Was soll das für ein Name sein? Deutscher? Aus dem was? Hawaiianischen? Oh, so wie Vajana? Vajana. La Nea. Ich kenne Lagnese, aber du hast Muffins für mich gebacken? Die Security hat die abgezogen. Ah, die Griechen oder was? Wo sind die? In deinem Bauch? Du bist auch ein Assi, okay. Sind die noch irgendwo? Ich will die haben. Bitte? Euer Bild ist auch weg. Von ihr? Was ist hier passiert? Habt ihr? Seid ihr kriminell? Guck mal, er lacht so dabei. Wir sind ja aufgeflogen. Malaga. Wir arbeiten hier gar nicht. Das wär geil. Die Security hinten. Vollgestopft mit Muffins.